Herzlich Willkommen zu unserem heutigen Video, in dem wir einen exklusiven Blick auf die Top 5 neuen kommenden Spiele für die Playstation 5 Pro werfen, die in den Jahren 2024 und 2025 erscheinen werden. Wir haben eine spannende Auswahl an Titeln zusammengestellt, die das Potential haben, die Gaming-Welt zu revolutionieren und euch unzählige Stunden voller Spaß und Herausforderungen bieten. Bleibt dran, wenn wir jeden dieser vielversprechenden Titel genauer unter die Lupe nehmen und euch zeigen, was sie so besonders macht. Lasst uns ohne weitere Verzögerung in die Zukunft des Gaming auf der PS5 Pro eintauchen. Jurassic Park Survival Jurassic Park Survival wurde während der Game Awards 2023 offiziell angekündigt und spielt einen Tag nach den Ereignissen des Films von 1993. Ein genaues Veröffentlichungsdatum wurde noch nicht bestätigt, aber basierend auf dem gezeigten Alpha-Spielzähne-Material wird spekuliert, dass das Spiel Ende 2024 erscheinen könnte. Das Spiel wird auf den Plattformen PS5, Xbox Series X und S und PC verfügbar sein, ohne Pläne für eine Veröffentlichung auf Nintendo Switch, PS4 oder Xbox One. Die Handlung dreht sich um die Ingen-Wissenschaftlerin Dr. Maya Joshi, die nach dem verheerenden Ereignis auf der Insel Isla Nubla gestrandet ist. Spieler müssen ihre Überlebensfähigkeiten einsetzen, um gefährliche Dinosaurier wie Velociraptoren und den T-Rex zu überlisten. Was jemand da? Dr. Maya, Dr. Maya, Dr. Maya, Dr. Maya! Star Wars Outlaws Star Wars Outlaws wird als das erste Open-World-Spiel der Star Wars-Reihe beschrieben, entwickelt von den Machern von The Division und Avatar Frontiers of Pandora. Das Spiel ist zwischen das Imperium schlägt zurück und die Rückkehr der Jedi-Ritter angesiedelt und erzählt die Geschichte von Kay Vess und ihrem Begleiter Nix, die einen der größten Überfälle im Outer Rim planen. Das Spiel wird am 30. August 2024 veröffentlicht mit Frühzugang ab dem 27. August für Käufer der Spezialeditionen. Es wird auf PS5, Xbox Series X und S und PC verfügbar sein und kostet 70 US-Dollar mit teureren Gold- und Ultimate-Editionen, die früheren Zugang und zusätzliche Funktionen bieten. Die Handlung verspricht ein Abenteuer mit Elementen von Schurkengeschichten und setzt auf dichte, handlungbasierte Erkundungen verschiedener Planeten. Der Kampf findet sowohl im Nahkampf als auch in Raumschlachten statt, wobei das Spiel auch leichte RPG-Elemente und ein Reputationssystem beinhaltet. Ich bin in. Out here, you live and die by your reputation. You wanna survive? Know the players. You're new to this world. What's your problem? Come back when you're not. Dabba, right? Look, don't try anything. I got a whole crew surrounding this. Okay, we're skipping that part. For about as long as I can remember, it's just been me and Nyx. Doing what we have to do to survive. This job is my one shot at freedom. But if we're gonna pull this off, we need the right crew. And the right ship. Yes! Come on. I hire you because you were one of the best hunters in the Outer Rim. She's more connected than you let on, Salero. The best is mixed up in something bigger. The Outer Rim is a dangerous place. Everyone is fighting for their peace of the galaxy. But all I want is to live free. So I'm gonna risk it off. Hold on, Nyx! Titan Quest 2 Titan Quest 2 Mehr als 17 Jahre nach dem Original wurde Titan Quest 2 am 11. August 2023 angekündigt. Dieses brandneue ARPG, entwickelt von Grimlaw Games und veröffentlicht von THQ Nordic, ist tief in der kritischen Mythologie verwurzelt und sieht bereits vielversprechend aus. Titan Quest 2 wird derzeit für PC, PS5 und Xbox Series X und S entwickelt, wobei ein Veröffentlichungsdatum noch nicht festgelegt wurde, allerdings könnte eine Veröffentlichung frühestens Ende 2024 erfolgen. Die Geschichte dreht sich um die Hauptfigur Nemesis, die Göttin der Vergeltung, die die Fäden des Schicksals korrumpiert. Spieler müssen sie aufhalten und das Schicksal ändern. Das Spiel bietet ein erkundungsfokussiertes Kampagnen-Design in einer Welt voller mythologischer Kreaturen und Geheimnisse. Die Gameplay-Features umfassen ein flexibles Charaktersystem, bedeutungsvolles Loot und herausfordernden ARPG-Kampf, ergänzt durch einen atmosphärischen Soundtrack, der traditionelle griechische Musik mit modernen orchestralen Elementen verbindet. Their ambition angered the goddess. And when the retribution showed them no mercy. Staining their strands with darkness. Perp Games hat angekündigt, dass es zusammen mit Project Cloud Games das Action-RPG The Relic The First Guardian veröffentlichen wird. Das Spiel wird für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X und S entwickelt und soll Anfang 2025 erscheinen. Zu dieser Ankündigung gehört auch ein neuer, 5-minütiger Trailer. Zudem führt Perp Games eine Umfrage durch, die die Entwicklung und das Marketing des Spiels beeinflussen soll. Teilnehmer der Umfrage erhalten einen Gutschein über 15% Rabatt im Online-Shop von Perp Games. The Relic The First Guardian ist in der apokalyptischen Welt von Arseltus angesiedelt, die einst blühend war, aber durch die Zerstörung eines großen Relikts von der Leere verschluckt wurde und zu einem Land des Todes geworden ist. Spieler haben die Aufgabe, die Reliktfetzen zu finden und die Leere zu schließen. Sie können zwischen verschiedenen Waffentypen wählen, wobei das Charakterwachstum vollständig auf den ausgerüsteten Runen, Gegenständen und mehr basiert. Death Stranding 2 Death Stranding 2 On The Beach, geleitet von Hideo Kojima, wird 2025 exklusiv für die PS5 veröffentlicht. Dieser Nachfolger des Spiels Death Stranding verspricht noch ambitionierter zu sein und zielt darauf ab, die Originalenergie des Spiels zu übertreffen. Der Titel soll eine faszinierende Welt jenseits der Grenzen der UCA erkunden, in der Sam Porter Bridges versucht, eine neue Bevölkerung zu verbinden, während er durch eine von außerweltlichen Feinden und unberechenbaren Bedingungen heimgesuchte Welt navigiert. Kojima Productions hat auch den ersten Trailer veröffentlicht, der jedoch keine direkten Spielszenen zeigte, sondern die veränderte Welt und Charaktere vorstellte. Der genaue Inhalt der Story bleibt geheim, doch wurde bekannt, dass Kojima die ursprüngliche Geschichte nach der Pandemie komplett neu geschrieben hat. Weitere Details sollen in Zukunft enthüllt werden. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst bitte nicht, den Like-Button zu drücken und unseren Kanal zu abonnieren, um keine weiteren Inhalte zu verpassen. Eure Unterstützung hilft uns, weiterhin großartige Inhalte zu erstellen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und bis zum nächsten Mal. Come on, I'll help you get your bearings. This is the ship's armory. Here you can check your weapons and put them through their paces.